Wooppepe, hallo Fudeau, hallo Fudeau, hallo Fudeau, das war Jooppe in German, Leute, ein Glas Milch und so Schokostrohlen, weil da ich keine vor allem Milch mag, kalte hier, aber ich hoffe es funktioniert trotzdem, probieren wir es aus. Hier sind sie so ein bisschen zusammen gestanzt, damit die Kühlchen nicht rausgehen. Also ich krieg auf jeden Fall so hoher Geschmack. Mit warmen, welche wird noch besser funktionieren. Es wird immer intensiver, je öfter ich trinke. Jetzt wird es schon sehr süß. Und ihr seht, dass die Schokokokühlchen immer weniger werden. Das ist ein bisschen weird. Super intensiver war. Ganz interessant. Fast nichts mehr drin. Funktioniert auf jeden Fall allgemein frei. Geschmacklich. 6 Punkte. Mal probieren. Das habe ich in Österreich gekauft. Schaut euch das Auto. Comment, Like, Like, Subscribe. Und ring die Bär. Hallo, hallo, hallo. Das Video will be in German. Sandkist oder Sundkist. Hier ist Limonade, Wassermelone, Zitrone, Orange und Fruit Mix. Bin ich total gespannt drauf? Ist das Sommer? Ich starte gleich mit Wassermelone. Schön pink. Nicht sehr zuckrig und interessanter Geschmack. Okay, Zitrone. Die Wassermelone schmeckt fast gemüsig. Definitiv weniger Zucker. Aus den vergleichbaren Limonaden. Aus den vergleichbaren Limonaden. Orange. Und Apfel drauf, Johannisbeer. Ist hier Johannisbeerig? Holt mich nicht um, sind aber okay. 6 Punkte. Also, lasst mich wissen, ob ihr die ausgecheckt habt. Wie was ihr davon haltet. Ich denke nicht, dass die sich lange halten werden können. Der Geschmack. Ist einfach. Ja. Nicht so der Bär für mich. Aber vielleicht möchte ich sehen, dass ihr mich wissen. Ob ihr es überhaupt ihr habt. Outro. Comment, Like, Like, Subscribe. Ich habe noch nicht probiert. Ich habe die anderen probiert vom V-Pro. Aber den nicht. Check mal aus. Eiskalt. Wie sie es gehört. Süßer als gedacht. Oh. Oh. Upp. Taugt mir auf jeden Fall. Hatte ich bisher glaube ich noch nicht. Ich glaube bisher bestes Auto, 8 Punkte. Taugt mir richtig. Und lasst mich mal wissen, wie ihr den findet. Outro. Comment, Like, Like, Subscribe. Aufkost, mein Channel. Link's to better. Upp, baby. How did you do? This video will be in German. Und Leute, Beerenmarke, da gab es doch früher immer dieses Sandwich und das mochte ich. Irgendwie gibt es das aber nicht mehr. Und hier haben wir frischen Eiskaffee, Cappuccino-Style. Hab ich noch nie probiert, glaub ich. Hab ich irgendwie mal viel Bock drauf gehabt. Los geht's. Ja. Schmeckt ab und zu ganz lecker. So Mr. Brown geht die ja nur für den Mövenpick. Kaffeefliege so ein bisschen verbrannt vielleicht. Aber nicht mal interessant. Boah, ist eiskalt. Ganz okay, kann man machen. Sechs Punkte. Leute, ich würde es mir nicht so oft holen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich an manchen Tagen richtig Bock auf sowas hätte. So, einmal mehr Autosong. Leute, das war's für heute. Outro. Comment, like, test, subscribe, rating, 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 rating. Fug, Peppe. Hallo, Fudein & Notte, Judo, Fudeu. Das Video war wie in German. Heute habe ich Bani, Mani, Moringa, Limonade. Keine Ahnung, was das ist. Deswegen hast mich interessiert. Check mich es aus. Kennt ihr Moringa? Riecht wie brause bisschen. Bisschen süßlich. Bisschen fruchtig. Ziemlich gut. Auch so einen leichten Tee-Vibe. Moringa-Extrakt ist drin, aber auch Orangen-Soft-Konzentraten. Aroma. Leichter Kick am Schluss. Gibt mir Ingwer. Sehe jetzt aber auf die Schnellgang-Ingwer. Moringa 7 Punkte. Definitiv erfrischen, aber schon ein bisschen spicy. Nice. Check das aus. Definitiv. Ein Fehler. Leute, das war's für heute. Kommen und klicken das Like. Subscribe. Wobbelbär. Wobbelbär. Leute, neue Fobro-Sorten. Für mich zumindest hier. Watermelon. Minze. Redcrash. Und feige Blaubeere. Purple Dream. Lustig. Da hab ich Bock drauf. Definitiv. Hier. Die Minze wird's wahrscheinlich ein bisschen schlechter machen. Ich hab auch schon noch Honigmelonen probiert. War sehr nice. Hätte ich gern gehabt. Nur Wassermelonen. Aber hey. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Ich starte mit dem hier. Sieht schon mal krass aus. Direkt aus dem Kühlschrank sowieso. Feigig kommt ein bisschen durch. Gibt's ohne Herbentouch. Aber schon sehr, sehr süß. Trotzdem heißt sieben Punkte. Der Nachgeschmack gefällt mir. Und jetzt war's mal ohne Minze. Auch wieder schöne Farbe. Riecht minzig. Auch nicht schlecht dabei. Alleine Wassermelonen. Der hätte besser gewesen, glaub ich. Wassermelonen Minze noch 5 Punkte. Was haltet ihr von den neuen ISDs? Platte Dirty for Bros. sind die besser als die Old School ISDs? Ich denke schon. Manche zumindest. Der Plattee gefällt mir persönlich bisher am besten. Dirty. Werde ich auf jeden Fall noch probieren. Leute. Das war's heute. Outro. Comment. Like. Like. Subscribe. Aufkohäusche. The Numbers. Von Denbrich. B комп tituliert mir das. Abw essere.